Herzlich Willkommen zurück zu deiner Let's Play That Crew II, weiterhin hier mit Jan... Hallo So, dann machen wir jetzt das letzte Crossrennen, Jan... G Bluetooth Ropes Okay, Spike ist heute nicht da, Leute. Mit 61 PS. Ja, normalerweise müsste man auch sagen, könnten wir das vielleicht sogar zu dritt spielen, aber bei uns jemand hat kein Internet mehr. Ui, oh. Oh, du hast den anderen vorgeschoben. Der startet jetzt vor uns. Pass auf, der stand nicht mehr im Reihunglied. Pass auf. Oh, leider. Ich würde mich zurücksetzen lassen. Geh, respawn. Ui, oh. Top, der Backflip. Drückst du dann auch nochmal nach vorne, um Schandard zu werden? Ne, nur nach hinten, damit ich fliegen kann, also so. Achso, du machst gar nicht hier irgendwie. Ja, ich war ganz normal. Ne, weil du kannst ja nach vorne drücken, um Schandard zu werden. Ne, so irgendwie. Was sieht sowas wahrscheinlich? Bleiben wir nochmal. Es fühlt sich echt gut an, wenn du jetzt... Es ist so wie bei Drifter, die genau das gleiche. Ja. Das ist das erste Rennen. Richtig. Und dann wird's gut. Oh, scheiße. Auf die Fresse, will ich. Oh, schon wieder. Okay, das funktioniert nicht. Kevin, hier machst du mal lieber nichts. Jetzt haben wir ein Problem, Jan. Ja, war schon. Scheiße. Herr Leid, wir müssen ja wohl hier nicht nur konstant ernst spielen, ja? Wir können ja wohl auch mal ein bisschen... Es ist Party machen. Richtig. Weil ich hab keinen Nachteil dadurch, so lange wie einer... Wir sind ja schon Topfahrer, Spielsache. Wir sind die Topfahrer hier, okay. Ja, genau, ein bisschen Scheiße machen. Ja, schon kriegen's. Wir sind auch uns hier. Guckt mal, ja? Zack. Fünfter. Einmal eine Nosseinspritzung draufgedrückt, Junge. E-Motor eingebaut, geht die Post ab. E-Turbo. E-Elektro-Turbo-Motor vor. Oh, Scheiße. Ich hab den Checkpoint gekusst. Der wollte mich nicht. Der wollte keinen Zungenkuss. Hab mich abgeschlossen. Jetzt muss ich aber entscheiden, ja? Du magst die einen Checkpoints, zwei jetzt, aber in der Beta waren die für die Kacke. Jetzt kannst du hier nicht durchfahren. Welche magst du die Wahl? Eigentlich finde ich diese Checkpoints jetzt gar nicht mehr so schlimm. In der Beta waren sie echt assi. Ja, das ging, zack, minus 500 kmh. Ja. Ja, wo holst du jetzt auf einmal so viel Speed weg? Hallo, KI. KI sagt, wir müssen, wir müssen den ersten holen. Wir müssen den ersten einen holen. Haben die auch mal, gut möglich, 5000 PS Fast & Furious Motor installiert? Ah, hab ich so eine Abgang. Weißt du, ab wo ihr dann im Ziel wart, dann auf einmal sind sie langsamer gefahren. Oh, ich bin berühmt. Ich hab schon mehr Follos hier echt auf YouTube. Achso, falls, pro pro YouTube, Leute. Ja, ich will damit nicht unbedingt nerven, aber ihr müsstet normalerweise die Glocke anmachen, sonst kriegt ihr keine Benachrichtigung mehr von mir. Weil YouTube sagt mal. Richtig. Einfach nur mal so am Rande erwähnt. Ja, 48 neue Aktivitäten. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Meine Karte sieht aus wie hingeschissen. Jonas, was ist am Anfang so, ping, ping. Ja. Dann machst du nur das nächste Fall, ping, ping. Dann ping, ping. Jetzt wird es berühmt, bumm, 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 bumm. Das ist einfach so eine Qual später, wenn du dann Kult-Igends bist und alles andere auch noch freischaltest, dann den Rest. Alter. Du sitzt da so verzweifelt auf deinen Stuhl, guckst und dein Monitor hat einen ping, 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 ping. Du denkst dir, hallo, aufhören, ping, ping. Bei welchem Spiel war denn das noch so, wo wir uns so gedacht hätten, hallo? Das war sonst, ja genau, aber wo war das denn? Weiß ich nicht mehr. Bei, ähm, Ghost Week in Whiteland. Ach, richtig, genau. Wenn du dann erst diese ganzen Symbole eingesammelt hast und so. Leute, das war grauenvoll. Okay, dann würde ich sagen, weil wir gerade ohne Ende Neues gekriegt haben, Leute, gehen wir doch mal einfach, oh, hier muss ich Motor Harley-Davidson fahren. Weltrekord 9 Minuten 22 Jahre. Ach, das ist das denn. Bist du ready? Können wir mal, oder? Okay. Bist du bereit? Bist du bereit? Ja, klar. Bram, 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 bram. Hm, ich bin da so hochzügebel. Das gab's aber in der Beta, ja auch. Das finde ich, oder? Doch, das gab's in der Beta auch, ja. Ich glaube, sowas ähnliches, oder? Alter, das Ding geht voll ab. Ready. Three, two, two, Harley. Devinson! Oh. Ey, das hat ein lila Helm, will ich auch haben. Jan, wo bleibst du? Wirtschaften. Jan, wo bleibst du? Komm mal. Genau hinter dir, Junge. Du bist fünfter. Oh, Auto. Oh, Auto. Ich drück natürlich nach vorne, ne? Ich hab 2,60 drauf. Oh, stimmt. Hier lautet das, ja. Und 2,65. Nee, 2,64 ist Ende. Mehr geht nicht, Jan. 2,65. Jawoll. Oh, ich bin tot. Auto rausgezogen. Oh, oh. Wo muss ich denn hier abbiegen? What the fuck? Wer hat denn die Kurve hier eingebaut? Alter, ich muss erst mal erst mal den Bürgermeister verklagen, Junge. Ich muss den Bürgermeister verklagen. Bitte mal den Bürgermeister anrufen. Hallo, Herr Bürgermeister. Ich verklage Sie. Kurve ist zu schräg und zu steil. Ich hab mir das linke Bein aufgeschraubt. Schmerzensgeld ist da. Ja, Junge. Ja, Junge. Kommst du noch hinterher? Gut. Muss ich das jetzt machen? Ja. Okay. Du kennst mich, Junge. Ich bin der geborene... Oh, ich bin tot. Hadi, der wird zufarrer. Man, ich bin jemanden hinten drauf gefahren. Sorry, wer drauf fährt, ist doch nicht schuld, oder? Ja. Normalerweise. Jan, wo bleibst du? Komm ja doch. Guck mal. Ja, hier Windschatten. Komm, 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 komm. Drück den aus. Müssen uns ransauern an die anderen. Windschatten. Ich glaub den will ich nicht so, wie ich will. Na, da kommst du aber mega schnell. Was hast du drauf? 270. Alter, so schnell ist mein Bock gar nicht. Aber jetzt Windschatten, Junge. Jawohl. Fahr die rechte Spur. Jawohl. Alter, Alter, bin ich schnell. Alter. Kommst du jetzt? Komm mal. Wie falsch gefahren? Nein. Ich hab in den Rückspiegel geguckt. Abkürzung. Haben wir einen Nachteil, wenn wir hier auf den Schotter fahren? So. Ist ja dieser Salzwüste. Richtig. Ja. Alter, jetzt hängst du mich natürlich ab, ne? Hey. Ne, ich hole auf. War auf, jetzt fährt gleich meine 270. Pass auf, oder? Oh! Auto. Guck, jetzt hole ich einen, hä? Oh. Meine fährt nur 2,1 und 50. Ich hab nur noch 2,42, mehr geht nicht. Ja, 2,52 fahr ich jetzt. Hä? Ich bin vor den 260 gefahren. Das Spiel hat mich genervt. Und du hast wahrscheinlich schon Teile eingebaut in das Ding, ne? Also ich krieg auch nur Standarddinge, wie du auch. Ach so. Oh, ich hab grad, ich glaub, einen Reh getötet. Oh, das war das auch bei ihm, auch bei dir, ne? Ah! Auto, aufpassen. Ja. Ah, Baum. Oh, Leute, es gibt hier nachher ein Rennen. Oh, ne, das wollen wir noch nicht erzählen, ne? Weißt du nicht, wolltest du das mit dem, mit der langen Dings erzählen, oder? Ja, was du da gefahren bist und den Abend da im TS. Ja. Machen wir da, wenn wir zu weit ist, ne? Das nehme ich nicht auf. Ich glaube, das ist Bullshit, das aufzunehmen, weil wer guckt sich das ja noch an? Die heutige Zeit des YouTubes. Wir sind ja eine Minute, rennt schon so lange. Ja. Wart mal ein bisschen auf dich. Den Biker, übrigens, zusammenfahren. Bremsen, Mutti Baum, oh, zwischen den Bäumen durch. Ich bin nicht mehr Zweiter. Oh. Oh. Manchmal hat er so einen Wendekreis von wie Motorbiker da. Ich freu mich ja nachher auf diese Hoverboards, weil ich in echt da wirklich draufstehe. Wie, wie Sau, ne? Ich find die Dinger absolut geil. Die ist übers Wasser gleiten und dann damit fahren. Oh. Ich will dich aber leider enttäuschen, du. Warum? Da gibt's aber keine Rennen, du da mitfahren kannst. Willst du mich verarschen? Ja. Warum gibt's die dann? Wart mal zum Wendekreis. Aufpassen, weil da ist so ein Passisch an. Ich find das schwer, immer nach vorne zu drücken. Deswegen brauch ich das auch nicht. Mir reicht das schon bei dem Boot, weißt du. Immer da eine halbe Daumen am Absterben dabei. Ja. Dann merkst du aber einfach, dass wir keine Controllerspieler sind. Richtig. Sachen reindrücken? Alter, ich hab Vollgas drauf und der geht an mir vorbei, als wenn ich nichts wär. Vielleicht hat er dich auch noch. Blub. Da haben wir noch Zeit. Bumm. Ich bin auf den Kopf gelandet. Oh. What the fuck? Ich bin über einen Stein geflogen. Oh. Oh. Ich wollte mal ein bisschen Banden küssen. Oh. Ich muss bremsen. Aber. Müssen sich die Fahrzeuge dann irgendwie so drin verhaken und dann irgendwie. Sehr komisch. Ramon? Okay. Der Volllitzer heißt Ramon. Wieso reiß... Ich hab ja da als Roman. Wieso? Tauschen ja das Arme mit dem O. Keine Ahnung. Ramon. Ja, liebe. Ja, liebe. Ding Roma. Lisa. Lisa, ich krieg dich. Junge, keine Schnitte hast du. Lisa, ich hab neue Durazelle für dich. Der hinten reingefahren. Drecksau. Lisa steht da drauf. Dann steh' ich da dran. Krass. Ey, mach mal nicht so schnell da vorne. Ich bin nicht schnell. Ich glaub, es geht los hier. Diese Stadt wie ich hier zum Beispiel jetzt nur 220. Dann können sie. Weil es hier bergauf geht die ganze Zeit. Aber ich hab doch hier Spoiler installiert. Manchmal wünsche ich, ich könnte runterschalten. Ja. Oh, Auto von vorne. Vorsicht. Fahr schön rechts. Kann nichts passieren. Siehst du? Da war das Auto. Ah, das sieht so geil aus, ne? Die Sonne, Sonne, Sonne. Sommer, Sonne, Kaktus. Bring Peter mal on the beach. Alter, der Sound von der Harley ist aber wirklich gut. Fett, ne? Ja. Und das Rennen ist irgendwie auch gut. Also ich find das schon geil, hier oben hochzufahren. Ja. Aber es ist das gleiche Rennen. Nur zu deiner Info wie Bayer Beta. Hm. Ja, jetzt kommen sie wieder an mich ran, weißt du? Ich kann nur mit 210 hier den Berg. Ja, ja. Ziel ist in Sicht, weißt du? Ja. Ich dachte, okay, Leute. Müssen wir uns mal zusammenreißen. Ich muss jetzt Sheets auspacken, Junge, Junge. Und dann. Gib mir Windschatten, hallo. Oh, jetzt die Sonne, Alter. Diese rote Licht hier, Alter. Nichts mehr. Hä? Was? Okay. Alter. Die ganze Last liegt wieder hier auf mich. Ja. Mich grad ein bisschen verhagen. Aber weißt du, kann ich schon wieder 20 Kilometer weg von mir. Wachst du ja schon, ne? Na ja, ich mach jetzt hier einen auf Luis. Ja. Also irgendwo einmal einen Fehler machen, Junge, wenn es verloren ist. Nur so zu empfangen. Aber jetzt einen auf Hamiltime machen jetzt. Wenn ich jetzt vor dir ist, dann haben wir verloren. Also ich würde jetzt hier keine Demotivation machen oder so. Bist du ne von zu, weißt du das nicht? Aber einen Fehler und wir haben verloren. Oh, Alter. Alter. Mal eine Tankstelle. Na ja, geh tanken. Ich würde mir ein leckeres Eis holen. Ja, Magnum. Oh nein, ich hab mich überstanden. Tot. Okay, verloren. Kann man euch dann. Ich hatte Steine. Und, war was? Ich fielten auch noch. So, jetzt zieht er weg, Alter. Was tut mir denn? Ich bin im Begrenzer. 2,91. Oh nein. Unfall. Tot. Oh. Jan, jetzt liegt alles an dir. Nitro. War zu schnell. Dritter reicht auch, Leute, oder? Ich glaube, dritter reicht. Ja, komm. Ja. Alter. Dritter reicht. Oh, Hilfe. Oh, Baum. Tot. Oh. Dritter. Dritter. Ja. Oh. No, bitte. Wisst ihr, was das Schwerste ist? Nicht dieses da runterfahren, sondern einfach wie. Wirklich. Dies in die Kurven gehen. Mit nach unten drücken die ganze Zeit. Mein Finger. What the fuck, Mann. Jetzt haben wir für ganz viele Autos was bekommen, ne? Ja, für das Motorrad, glaube ich, jetzt. Ne, ich habe für das Straßenfahrzeug bekommen. Ja. Nur für meinen BMW habe ich gekriegt. Sieben Teile. Yeah, sieben Teile, Jungs. Für den BMW. Bam, Junge. Bam, Junge. Alter, jetzt habe ich ihn aber richtig getrunken hier. Bam, Junge. Bam, Junge. Jawohl. 169 jetzt schon bei dem BMW. Aus. Okay. Ach, Leute, komm, hört auf mit euren dämlichen Fotos, Mann. Ich hasse das. Weiß nicht, was Leute so toll an Fotos finden. Jani. 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 mit sie mal nach hinten ins Ding und nach oben aufs Ort vor Ort und so zu verfolgt und so zu verpacken hat er sich mit der Kategorie der Kategorie alles klar wir sagen vielen Dank für uns einschalten bis morgen tschüss tschüss